Herzlich Willkommen in Trachau. Ich zeige euch, wie schön es in Sachsen ist. Der Stadtteil und die Gemarkung Trachau liegt im Nordwesten der Landeshauptstadt Dresden. Hier versorgen wir über 10.000 Einwohner mit Energie. Wenn ihr Trachau mal besucht, und das solltet ihr unbedingt, erlebt ihr Tradition und viel Energie an einem Ort. Trachau wurde 1242 erstmals urkundlich erwähnt, gelangte aber erst 1903 als Eingemeindung nach Dresden. Seit dem 15. Jahrhundert wurde hier Wein angebaut. Das rund 400 Jahre lang. Davon zeugen noch heute alte Weinbergmauern. Der alte Dorfkern mit seinen Häusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert zeigt, wie es hier noch bis vor 100 Jahren ausgesehen hat. Erst nach der Eingemeindung entstanden die meisten Reihenhäuser durch mehrere Baugenossenschaften. Auf den Dächern der WGs Trachau steht heute eine Photovoltaikanlage von Sachsenenergie. Ein weiteres Gebäude aus den 1920er Jahren ist das sogenannte Günsheim. Heute gehört es zum Krankenhaus Neustadt. Und hier erblicken ganz viele Dresdner und Sachsen aus dem Umland das Licht der Welt. Übrigens auch von Sachsenenergie versorgt. Und von hier im BHKW Trachau kommt die ganze Energie her. Das Ganze geschieht umweltfreundlich mittels Kraft-Wärme-Kopplung, also der gleichzeitigen Produktion von Strom und Wärme. Und der eingesetzte Brennstoff für die Gasmotoren ist das Biomethan aus unserer Biogasanlage Haslau. Früher gab es in Trachau sogar ein Wasser- und ein Gaswerk. Letzteres ist lange abgerissen. Das ehemalige Wasserwerk ist seit 1909 geschlossen, steht aber immer noch. Grün gibt es hier natürlich auch. Die Hofe-Wiesen, einer der letzten grünen Flächen Trachaus, blieb bislang unbebaut und ist somit grüner Mittelpunkt des Stadtteils. Und mit Natur wird in Trachau auch gewirtschaftet. Für viele Sachsen sicher ein Begriff. Die Firma Liel und die Dresdner Essenz, die es bereits seit 111 Jahren hier in Dresden gibt. Mit Sachsen Energie werden hier für den deutschen und internationalen Markt Wellness- und Pflegeprodukte produziert. Wir bleiben für euch unterwegs und zeigen, wer wir in Sachsen sind und wie Sachsen Energie ein verlässlicher Partner für unsere Region und ihre Menschen ist. Wir sehen uns!